Das heutige Horoskop, Steinbock, 27. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Einer unserer himmlischen Zeitnehmer ist der Mars. Das liegt daran, dass der rote Planet zwei Jahre braucht, um die Sonne zu umkreisen, sodass jeder von uns ein Verständnis für seine angeborenen Zyklen hat. Derzeit taucht der mächtige Mars, der Planet des Sex und der Leidenschaft, tief in den geheimnisvollen Abgrund ein, der als Skorpion bekannt ist. Hier nimmt er die Energie des Skorpions auf und verstärkt sie enorm. Dieser Transit kann besonders intensiv sein, da sich der Mars hier richtig zu Hause bzw. beheimatet fühlt. Insgesamt werden die Menschen in Bezug auf ihr persönliches oder romantisches Leben mehr alles oder nichts empfinden. Möglicherweise bemerken Sie sogar, dass Ihr Verlangen nach Sex und Intimität zunimmt. Achten Sie auf Gesprächsgrenzen. Die Interaktion mit Kollegen oder Kunden könnte heute etwas schwierig sein, wenn der Mond in den Fischen mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen in Konjunktion steht. Einerseits könnten Sie eine aufschlussreiche Interaktion erleben, die Ihnen eine neue Perspektive auf Ihr Arbeitsleben und Ihre Gemeinschaft eröffnet. Andererseits müssen Sie möglicherweise darauf achten, wo in Ihrem Arbeitsleben die Grenze gezogen wird. Möglicherweise müssen Sie Ihre Grenzen im Gespräch durchsetzen oder jemand anderes muss dies tun. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, denn Grenzen können zu gesunden Arbeitsgesprächen führen. Für den Rest dieser Arbeitswoche und bis ins Wochenende hinein werden Sie sich an einem Download von Informationen über die letzten Tage der Sonne in Ihrem Berufssektor erfreuen, die sich mit dem monatlichen Besuch des Mondes in Ihrem Einkommenssektor überschneiden. Dass Sie sich überschnitten haben, dass Informationen an beiden Fronten zur gleichen Zeit über die gleiche Pipeline gelangten und da Venus sowohl Ihren beruflichen als auch Ihren finanziellen Hut tragen wird, wenn sie in zwei Wochen in Ihren Berufsbereich zurückkehrt, sind die beiden nun miteinander verflochten. Auf der emotionalen Seite werden Sie von den planetarischen Energien stark unterstützt, aber in den letzten Monaten haben Sie möglicherweise auch etwas an Gewicht zugenommen. Schauen Sie nicht in den Spiegel, sondern in Ihr Herz und Ihren Verstand, um herauszufinden, was die Ursache für diese Veränderung in Ihrem Körper sein könnte. Sie müssen sich keine Sorgen um Ihr Aussehen machen, denn Schönheit bedeutet Ehrlichkeit, und wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, müssen Sie kein Urteil fällen. Heute ist ein Tag, den man zwischen Klammern setzen kann, eine Art Dekompressionskammer, in der man Bilanz ziehen kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, sortieren Sie die Dinge und erinnern Sie sich. Versuchen Sie herauszufinden, was Sie noch motiviert und was Ihnen in Ihrem Leben nicht viel hilft. Entfliehen Sie in Ihrem sentimentalen Leben der Routine, schauen Sie in sich hinein oder schnappen Sie sich etwas Luft, um Konflikte zu vermeiden. Alles wird Sie dazu bringen, zumindest für einen Moment vor Zugeständnissen davon zu laufen. Der gestrige Abgang der Sonne aus Ihrem Karriere-Sektor hat nicht nur Ihre berufliche Situation und Ihre beruflichen Angelegenheiten beeinträchtigt, sondern auch alle Aktivitäten auf dem Planeten hier oder zumindest vorerst beendet. Zusammen mit dem Mond, der nur wenige Stunden später Ihren Einkommensbereich verließ, haben Sie dadurch ein Gefühl für die berufliche Ausrichtung, viele Optionen auf dem Tisch und ein Gefühl dafür, wo das Geld ist. Damit haben Sie zwei Wochen Zeit, all dies unter einen Hut zu bringen, bevor Venus in Ihren Berufsbereich zurückkehrt, um nicht nur dieses Berufsjahr nach Hause zu bringen, sondern sich auch als Planet des Geldes auf die lukrativste Art und Weise zu präsentieren. Da es in Ihrem Beziehungsbereich keine Planetenaktivität gibt, sind die monatlichen Besuche des Mondes in Ihrem Kommunikationssektor und die damit verbundene Chance, die Kommunikationsleitungen offen zu halten, von entscheidender Bedeutung. Während der Mond einen gewöhnlichen monatlichen Besuch macht, haben Sie nach einer Ausrichtung auf Saturn und einem freundlichen Aspekt zur Sonne gestern und zu Mars und Merkur, dem Planeten der Kommunikation, heute alles, was Sie brauchen, um alle Kommunikationsbarrieren zu durchbrechen. Täglicher Planetenüberblick Der Respekt und die Wertschätzung anderer haben einen tiefgreifenden Einfluss auf Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Bereitschaft, sich auf sensible und diplomatische Gespräche einzulassen. Mit einer starken Kommunikation als Leitprinzip nehmen Sie anspruchsvolle Diskussionen bereitwillig an und werden von den positiven Ergebnissen, die sich daraus ergeben, angenehm überrascht sein. Es ist wichtig, die Gelassenheit zu bewahren, aber zögern Sie nicht, eine Pause einzulegen und sich an der frischen Luft zu erholen, um neue Kraft zu tanken. Den ganzen Tag über fördert die Ausrichtung des Fischemonds auf Uranus und rückläufigen Neptun zu aufgeschlossenen und aufgeschlossenen Interaktionen. Möglicherweise verspüren Sie den Wunsch, den Status quo infrage zu stellen und sich für mehr Freiheit einzusetzen. Umgekehrt sehnen Sie sich möglicherweise auch nach intellektuellen und emotionalen Verbindungen. Wenn andere jedoch Schwierigkeiten haben, mit ihrer Konversation Schritt zu halten, könnte es an der Zeit sein, darüber nachzudenken, Ihren sozialen Kreis zu erweitern. Wenn Sie über Finanztransaktionen nachdenken, ist es ratsam, Geduld zu üben und Ihre Entscheidungen gründlich zu überdenken. Unvorhergesehene Hindernisse können die reibungslose Umsetzung Ihrer Pläne beeinträchtigen und es ist klüger, den Kauf zu verschieben, wenn Sie ein günstigeres Ergebnis anstreben. Bevor der Mond den intuitiven und fantasievollen Bereich in Ihrem Horoskop verlässt, richtet er sich harmonisch auf Neptun aus und weckt verträumte Sehnsüchte. Gleichzeitig bildet es einen freundlichen Aspekt mit dem Zwergplaneten Ceres, der sich in Ihrem Finanzsektor befindet. Während frühere Ausrichtungen auf Sonne, Merkur und Mars ihr finanzielles Selbstvertrauen und ihre Vorstellungskraft gestärkt haben, bietet Ceres eine einzigartige Gelegenheit, finanzielle Angelegenheiten über das bloße Streben nach Reichtum hinaus zu erforschen, während Neptun möglicherweise zu einigen skurrilen Tagträumen anregt. Himmel für heute Während wir uns mitten in einem himmlischen Übergang befinden, stehen wir zwischen zwei bedeutenden Planetenbewegungen, die sich direkt auf unsere berufliche und finanzielle Sphäre auswirken. Erst letzte Woche haben wir Abschied vom letzten Planeten genommen, der unseren Arbeitssektor verlassen hat, und in nur zwei Wochen erwarten wir sehnsüchtig die Rückkehr des ersten Planeten in unseren Einkommenssektor. Was diesen Moment jedoch wirklich auszeichnet, ist das einzigartige Himmelsphänomen, das sich vor uns abspielt, der Eintritt des Mondes in unseren Einkommensbereich. Diese himmlische Ausrichtung bietet uns eine seltene und exklusive Gelegenheit, uns allein auf unsere finanziellen Angelegenheiten zu konzentrieren und zu erkennen, dass diese konzentrierte Aufmerksamkeit große Vorteile bringen wird, wenn unser Berufsjahr wieder Anschwung gewinnt. In den Tagen vor dem Wochenende werden wir mit einer Fülle von Informationen überschwemmt, die freundlicherweise von den letzten Momenten der Sun in unserem Karrierebereich bereitgestellt werden. Dieses zufällige Ereignis fällt mit der monatlichen Reise des Mondes durch unseren Einkommenssektor zusammen. Die Synchronicität dieser himmlischen Ereignisse ermöglicht es uns, tiefgreifende Einblicke sowohl in unsere Karriere als auch in unsere finanziellen Aspekte zu gewinnen und bietet so eine umfassende und ganzheitliche Perspektive. Besonders hervorzuheben ist, dass Venus, wenn sie in nur zwei Wochen in unseren Karrierebereich zurückkehrt, ihre Doppelrolle aus Professionalität und finanziellem Scharfsinn aufsetzen und diese wichtigen Aspekte unseres Lebens noch stärker miteinander verknüpfen wird. Während dieser Übergangszeit ist es unerlässlich, im Umgang mit anderen ein angenehmes, gelassenes und großzügiges Verhalten beizubehalten. Es ist jedoch ebenso wichtig, bei unserem Streben nach Gerechtigkeit ein Gleichgewicht zu finden. Obwohl das Streben nach Gerechtigkeit von großer Bedeutung ist, müssen wir uns davor hüten, uns zu überfordern, was später zu bedauern führen könnte. Unser diplomatischer Ansatz wird sich letztendlich durchsetzen und die Bewunderung und den Respekt der Menschen um uns herum verdienen, die unsere Großzügigkeit erwidern werden. Bevor wir uns heute von unserem Finanzsektor verabschieden, stimmen die letzten Momente des Mondes mit Neptun, dem Planeten der Träume, überein, wie es bei seinem monatlichen Besuch üblich ist. Diese Mondreise begann mit einer harmonischen Ausrichtung auf Saturn und brachte seine pragmatische Herangehensweise an Geldangelegenheiten mit, doch nun endet sie mit Neptuns bezaubernder Fähigkeit, unsere finanzielle Fantasie anzuregen und Momente des Wunschdenkens hervorzurufen. Dieser Übergang, der durch die Konvergenz von Praktikabilität und Träumen gekennzeichnet ist, bereitet die Bühne für ein vielversprechendes und inspirierendes Kapitel auf unserer finanziellen Reise.